Wissenschaftler schlagen Alarm, das Magnetfeld unserer Erde schwächelt. In den vergangenen 170 Jahren hat es bereits 10% seiner Kraft verloren. Das ist gefährlich, denn es schützt uns vor gewaltigen Sonnenstürmen aus dem All. Die schleudern energiereiche Sonnenteilchen auf die Erde, die ohne den Schutzschild Chaos anrichten würden. Der Grund für die globalen Veränderungen, eine Verschiebung des Magnetfeldes, in deren Folge auch die Pole wandern. Bild erklärt, was das für die Erde bedeutet.